Hallo und wir schlagen einmal in die Kamera, du auch? Ja, ich schlafe auch, ja natürlich Ja, heute habe ich den Freaky1212, auch gerne genannt FOTZY1212 Ruhig Mit dabei, ich weiß nicht, du machst jetzt in keiner Goldfish Games weiter, oder? Ja, wir sind gerade am neuen Konzept arbeiten und so Ja und es gibt viele, die denken, dass ich jetzt mit YouTuber aufhöre Das stimmt nicht, ich habe das nur einmal, das ist eine von den vielen Optionen, die mir zur Zeit bleiben Und ja, und dann sage ich nur XGLE für die Und da fragst du mich Ja, sicher, da Ja, hier an meine Zuschauer auf jeden Fall, das wird wahrscheinlich meine, also meine zu späte 5000 Aufrunde, äh 5000 Kram Aufrunde Ach du, scheiß Homo Ich habe es gerade vercheckt aufzunehmen Ich meine, dieser Homo, der mir meine Kisten klaut Ja, Homo heißt immer noch Mensch, und weil ein Mensch ist, habe ich auch Homo gesagt Aber darum, tsch Tralalalalal Und bei mir ist, aber wie es auch immer so, dass ich mich vermanagd, ich habe zu Ende erzählen kann Ja, ich habe doch vor kurzem die Wolken bei mir ausgemacht Ich muss gleich nochmal Wolkenausmasken, ausmasken, ausmassakrieren Auf jeden Fall, so Videosettings Alter Auf jeden Fall hat mich so eine Kontext auszunehmen, es tut mir total leid, aber irgendwie geht es alles total schnell, weil ich auch irgendwie Traitor, wo das irgendwie kommt, was ich mir nicht erklären kann So, äh, kannst du ganz kurz Hä, wo, wo ist denn das, das ist doch Und, äh, quality, nein, nein, nein Wo ist denn das, dieses Folgen an und aus? Das weiß ich nicht Ja, fick doch deine Mutter Nein Ah Nicht heute Oh, wieso bist du Detektiv, ich wollte dich töten Ja, da, da, fragst mich auch Ich bin Traitor, falls du das wissen willst Nein, oder? Doch Nein, bitte nicht, lass mich lieber leben Komm, lauf über die Brücke, komm Lauf über die Brücke Ah, ich erwachs mal, Mike Krause Darf ich ihn töten? Ach komm, ich heu ihn einfach Ah Und jetzt geh ich testen Ich schlag einfach irgendwelche Leute und dann geh ich ihn mal testen Boah, Junge, die sind Ja, das war ne Scheißaufnahme, weil ich direkt von zwei Traitern abgefangen wurde, ja Ja, ist doch nie mein Problem Boah Ja, mach sie kalt, Junge Jawoll Da ist er tot Da sind sie alle tot Das hast du übergemacht, wenn du im Auto bist Es servierte Servierte? Der ist es servierte Maßen, du Alter Welcher Welcher kleine Tricky-gebastard hat mich abgeschossen Oh mein Gott, du willst du? Ich gehe jetzt noch weiter auf, dann suche ich nämlich jetzt Mike Krause ist Traitor Oh, er war sogar Traitor Alter, Leute, Leute, aus, 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 ja genau, er war Traitor Ich hab genau gesehen, wie du gestorben bist Okay Okay Von wegen vor kurzem noch die Intelligenz der Leute, die kann man einfach nur unterschätzen Ja, okay, ich denke mal, wir machen Hub und Keine Ahnung, ich nehme weiter durch Kind auf, ich weiß noch nicht Ja, ich mache jetzt einen kleinen Cut hier rein, und dann sehen wir uns auch den gleich wieder Ja, und dann ich singe lieb für die und so Ciao Ja, ich singe lieb für die, ne? Ich singe lieb für die, und da fragst du mich, brauchst du mich mit Tanzen gehen? Ich glaub ich stehe auf die Ich singe lieb für die, und kann die Sterne singen, ich hab mich verknallt in die Ich hoffe also nicht, dass du was getrunken hast Ich hoffe es nicht Nein, ich bin 13, ich darf noch nicht No, na, okay, ich werde bald 17, ne? Ich singe lieb für die, und da frag ich mich, ich geh in zwei Ja, ja, ja Okay, ja, ich singe eben, ne, doch wir waren ja Ja, doch, wir waren ja Ich singe lieb für die, und da fragst du mich, brauchst du mich mit Tanzen gehen? Ich bin drauf Okay, ja, äh, 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 x Ähm, ähm, äh, äh, 3 So, ich muss dann jetzt auch wieder aufnehmen, warte Ja, achso So. Alter! So, und meine lieben Zuschauer, wir sind jetzt auch wieder da. Und, äh, ja, weil ich das auch heute in seiner Aufnahme gemacht habe, muss ich das jetzt auch bei meiner machen. Nein, bitte nicht. Ich singe die für die, und da fragst du mich, was mir mit dansen gehen. Ich glaub, ich stehe auf die. Ich singe die für die, und kann die Sterne singen. Ich hab mich verknallt in die. Das hat keiner gesehen. Nein, das hat keiner gesehen. Nein, 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 nein. Was hast du in den Chat geschrieben? Nein, ich hab beim Jump'n'Run den fast leichtesten Sprung gefehlt. Das gonna hate, potato's gonna potato. Ja, potatoes, ne? Nein, das heißt Kartoffel. Ja, das müsst ihr mal so denken. Bei Mindjax Livestream wollte ich schreiben, mal eine Kartoffel auf einmal. Mal eine Kartoffel. Und dann hat er vorhin die Kartoffel wirklich gezeichnet. Ich weiß, ich sag so, ja, Chris, weißt du, Kartoffel, auf einmal meint der, ja, was ist denn bitte schön, eine Kartoffel. Das ist schon mal eine Kartoffel. Oh mein Gott. Also, ja, ich glaub, der Titel von dem Video wird heißen Ich und die Kartoffel. Ich nenne es Anker Tim for the win, oder keine Ahnung. Ach ja, und Leute, bei mir wird das auch jetzt bald so sein. Ich mach bald Sonys Fragestunde und Sonys Lesestunde. Da lese ich einfach aus irgendwelchen Büchern, die ich bei mir gerade rumliegen hab. Einfach zwei Seiten oder so vor. Und dann, aber ich betone auch richtig die Stimmen. Zum Beispiel so. Und dann, im zweiten Weltkrieg, haben wir die Juden vergast. Aber natürlich, ähm... Nee, bitte keine Hitlerbücher, bitte. Nein, nein. Ich hätte eins nehmen können für mein Deutschpräch, aber ich hab lieber Krabat genommen. Krabat, nein. Was ich stehe nicht, da. Ich stehe nicht darauf, dass kleine Judenkinder vergast werden. Denk sie steht darauf? Großes von einem Haus. Ja. Die haben sich auch verdient bei Dundsch. Das wird eine Art, wollte ich nur sagen. Okay, okay, jetzt geht meine Traitor-Ecke und hoffentlich war die Traktor. Traktor. Nein, Schreiber. Traktor. Nein, Schreiber. Traktor. Nein, Schreiber. Traktor, Traktor. Traktor schreit mal ohne C. Ciao. Nein, weißt du, wieso? Weil nicht schö trendy woolen Cent. was sagt ein Bauer, was sagt ein Bauer, wenn er sein Trecker sucht? keine Ahnung wo mein Traktor ja ja, und? ja, siehst du, das ist doch der Witz an der Sache was sagt ein Bauer, wenn er sein Traktor sucht? wo mein Traktor ist? wenn du Traitor bist, dann bist du okay ich bin dabei in O na, kann gar nicht sein, ich sehe dich in Traitor-Chat du bist auch in O ja, 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 wo weiß denn du das? ich weiß, dass du ein Traitor bist weil du gelogen hast, Gaukel irgendwas, Typ und Jendre irgendwas laufen sehr unauffällig vom Tester weg, ich glaube jetzt vielleicht, wenn ich Tester war ja oh, du, du, ey, nein, nein, bitte nicht du bist hier, du bist hier echt Traitor, oder? nein, ich war im Tester, du Lappen boah, ich muss mir öfters auf den Chat achten ich singe allee für die, und da fragst du mich du warst gar nicht im Tester doch, ich war schon, ich war da allererste das wurde aber nicht angezeigt ja, weil du noch nicht da warst, da war nur dieser komische, schwarz-und-spiel-Skin ja, komm, geh mich, dann geh mich ich hab Angst vor dir ich geh jetzt zu meinen Inno-Freunden von dir, ich kann sicher, weil es das Inno sind ja, komm, wir gehen jetzt auf Traktorjagd ja, und wieder bist du Traktor, ey ich glaub, mein Traktorhumpel, verdummt der kann nicht humpeln, der kann nicht humpeln oh mein Gott das ist so ein Niveau boah, dieser Von-Dur, ey, ey, die Tester, ich beküsse ihn die Tester für mich, glaub ich, töten oh, komm, ich töte jetzt den Detektiv, nein das wär nicht so schlau ich weiß, ich hab 2640 Karma ja, ich hab fast das Doppelte ja, 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 ich luchtsdoppelte da ist ein Traitor, ich seh ihn doch ich wusste es, dass der Traitor, ich wusste ich flieg, 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 wie ein Tiger, aber in Deutschland oh mein Gott oh mein Gott was, 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 Leute, Leute, Leute Leute was hast du gemacht 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 was hast du gemacht, what the fuck ich hab gesagt, ich flieg flieg, flieg wie ein Tiger was hast du gemacht was hast du gemacht Ich habe nur gesagt, ich fliege wie ein Tiger und jetzt erkläre mir das, wie geht das? Ein Tiger? Ach, ein Tiger kann auch fliegen, wenn er mit dem Flugzeug fliegt. Verstehst du? Verstehst du das? Oh nein, ich muss Essen bekommen. Ich muss die Runde jetzt ganz schnell beenden. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, nein. Was? Der war inno. Okay, jetzt kann ich meine 5000-Kammer-Folge wiederholen. So, Leute, ich bin so behindert. So, jetzt, willkommen zu meiner 10. Ache, 5000-Kammer-Runde. Und da habe ich die 5000. Da habe ich die 5000. Och, deine Möller stinkt nach Schweiß. Oh Mann. Egal, da habe ich jetzt halt genau 5000. Egal, egal, das ist jetzt alles super schön. So, Leute, freut mich über, ich fliege wie ein Tiger, das wird nie wieder passieren. Okay. Ich habe gesagt, ich fliege, ich fliege, ich fliege wie ein Tiger. Ja, und mit diesen wunderschönen Worten von ich fliege ein Tiger verabschiede ich mich aus meiner Aufnahme, weil ich jetzt Essen gehen muss. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.